Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Aber egal, ich bin immerhin nicht sitzen geblieben und es sind Sommerferien und meine Eltern machen hoffentlich keinen Stress Hallöchen zusammen, es sind Sommerferien, ja ich weiß, ich habe noch ein paar Tage Hausarrest, ich habe es nicht vergessen, aber jetzt habe ich erst mal frei Oh, wer ist denn da, ich glaube unser Zeugnis ist da Ist das etwa, ja es ist unser Zeugnis, wir sind echt gespannt Selina auf unsere Leistung, was wir dieses Jahr vollbracht haben, also ich bin gespannt auf unsere Noten Was haben wir denn so in Sport eigentlich, das interessiert mich ja ganz besonders, also ich hatte früher immer eine 1, aber was wir haben, das kann ja was anderes sein Ich vertraue unserer Tochter, du hast bestimmt ein super Zeugnis Schatz, zeig doch mal Unser Zeugnis, ja genau, es ist unser Zeugnis, wir haben das so zusammengeschafft, ich wollte es aber eigentlich erst auf Instagram posten Wie bitte? Du postest dein Zeugnis bestimmt nicht auf Instagram Das ist aber gar nicht so schlecht Kannst du deinen Tee bitte auch? Ich liebe meinen Tee, du kannst es gleich ruhig auf Instagram packen, aber wir müssen es erst mal prüfen, ob unser Zeugnis auch, da kannst du mich auch verlinken, ob unser Zeugnis auch gut genug ist, jetzt zeig doch mal her Schatz, zeig mal her Du postest es trotzdem nicht, da stehen die Namen und alles drauf Selina, ist das dein Ernst? Was ist das denn? Ich bin doch nicht sitzen geblieben Stopp, 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 darauf erstmal einen Schluck Du bist Versetzungsgefährte, das ist dir bewusst Nein, da steht überall, da steht überall, oh mein Gott, Selina, setz dich, also das ist ja etwas, das ist ja die absolute Höhe Och, er macht schon wieder so ein Drama, so schlimm ist es so Ein Drama? Guck mal, ich fang schon an zu zittern Ein Drama? Wie soll ich das denn jetzt meinen Freunden erzählen, hä? Warum dein Freund, das ist doch mein Zeugnis Ja, aber du bist unser Kind Du hast eins, zwei, drei, drei Vieren auf dem Zeugnis, eine Fünf Kannst du mir mal erzählen, wie man im Französisch eine Fünf bekommen kann? Das geht doch gar nicht Ja Du musst nur einfach What's your name sagen, das ist Englisch, ist ja auch egal Einfach nur Bonjour sagen und dann bekommst du eine Vier Nein, aber Der Schlehrer mag mich nicht, außerdem ist das immer in der letzten In Sport eine Drei? Also Ja, das ist ja kein Wunder, wenn Selina die letzten Stunden schwimmt, ne? Guck mal, guck mal, guck mal, guck dir das mal an Ja, weil du Ich vertreib doch nicht Miese, Nina Ja, so nicht Du kriegst jetzt, ich glaube wir brauchen Nachhilfe für dich Und ja Nicht nur, nicht nur Nachhilfe Wir sind doch an Ferien, ich mache doch jetzt keine Nachhilfe Ja, da haben wir sechs Wochen Zeit, um diese Leistung zu verbessern Sechs Wochen haben wir da nur Zeit Also ich würde sagen, wir machen direkt einen Plan Ab morgen starten wir direkt mit einem eigenen Stundenplan für dich Du kannst schon mal auf dein Zimmer Mach mich in Ruhe ey, ihr geht mir so auf die Lärm Ich hab mich so gefreut, dass jetzt Ferien sind Ihr macht mich fertig Du machst uns fertig Schatz, du machst uns fertig mit so einem Zeugnis Damit kann man sich einfach nirgendwo blicken lassen, weißt du das? Das ist unsere Tochter, ne? Haste das Haste das Jedes Mal, wenn ich nach Hause komme Egal wie gut oder schlecht mein Zeugnis ist Ihr habt eh immer irgendwas rumzumeckern Und jetzt soll ich noch irgendwelche dämlichen Nachhilfestunden machen Das bringt doch eh nix mehr Ich kann doch die Noten nicht mehr verbessern Die nerven mich, die versauen mir jedes Mal die Ferien Ne, ich muss jetzt gerade mal kurz telefonieren So geht das ja nicht Nein, nicht mit den Lehrern Ja, grüß dich Ja, ich bin's Du, ich wollte mal was fragen Und zwar Celina hat ja ihr Zeugnis, ne? Wie sieht's denn bei deinem Jungen aus? Dem Vincent Ja Was für nen Durchschnitt hat der? Ja 1,9 Ich wusste es doch Ja ne, Celina hat hier etwas Das müsste 2,9 sein Also das ist ja Was hat der in Französisch? Eine 3 Natürlich Und in Sport? Eine 1 Siehst du das? Ne, ich weiß echt nicht, was mit ihr los ist Ne, also so habe ich sie echt nicht erzogen Das ist ein Zeugnis, das geht bei uns absolut nicht Nein, sie bleibt nicht sitzen Also Das ist ja Unfassbar Ja Ne, ne, das Vielen Dank, vielen Dank Das reicht schon für die Info Du hast es mitbekommen, ne? Celina ist ja mit Abstand fast die Schlechteste in der Klasse Also wir müssen dagegen irgendwas tun Wir haben 6 Wochen Zeit, um jetzt wirklich diese Noten zu verbessern Ich habe da auch schon einen Plan Äh, ich habe ja früher auch ein bisschen was Mathe und so war ich ja auch gar nicht so schlecht Ich werde ihr Lehrer in Mathe, okay? Du kannst doch Celina nicht mit Vincent vergleichen Das finde ich echt nicht okay von dir Aber wir müssen definitiv irgendeine Lösung finden, weil so geht das nicht weiter Also auf keinen Fall Also auch wie vielleicht Hausarrest oder Handyverbot und Nachhilfe, ich habe keine Ahnung Das ist ein ganz schwieriger Fall sage ich dir, ganz schwierig Also das hätte ich von Celina nicht erwartet Sie kommt jetzt nächstes Jahr in die 10. Klasse, das heißt da kann sie schon ihren ersten Abschluss machen Ich weiß nicht, ob das so weitergehen kann Wir sollten noch mal kurz mit ihr reden Ja toll, das war's jetzt wohl mit meinen Sommerferien Was? Celina, wir müssen einmal noch mal Komm, ruhig rein Celina, wir müssen definitiv noch mal miteinander reden Also, äh, wir haben uns das Zeugnis mal angeschaut Und ich habe auch mit dem Papa von Vincent telefoniert Und siehe da, Vincent ist natürlich besser als du in der Schule Nee, jetzt zumal, wenn ich ein schlechtes Zeugnis habe, fälsche ich es einfach, wenn ihr mir... Celina Tata, 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 das will ich jetzt nicht gehört haben Aber ganz bestimmt nicht Kannst du mir aber bitte erklären, was das jetzt für Noten sind Warum hast du im Französisch eine 5 bekommen? Weil der Lehrer mich nicht mag Ach so Celina, es ist nicht immer der Lehrer schuld Es ist immer diese gleiche Aufgabe Offensichtlich ist der Lehrer schuld Ja, gut, gut, gut Warum hast du nicht mit uns gesprochen? Oder heute kann man doch in der Schule auch aus... Das ist doch gar nicht Ja, dann hättest du eine Ausarbeitung machen können Oder Hausaufgaben Wie sieht's da mit Informatik und, äh, Mathe aus? Da hast du jeweils ausreichend Warum eine 4? Das ist der gleiche Lehrer Das ist immer in der letzten Schule Bei Französisch genau das gleiche Ich kann mich da nicht mehr konzentrieren Okay Selina, wenn das der Lehrer schuld ist, würde ich sagen, dann reden wir doch mal mit deinem Lehrer, oder? Ja, das werde ich auch direkt mal machen Ich wollte sowieso noch mal kurz mit dem telefonieren, weil so ist das ja absolut nicht in Ordnung Aber wir haben auch eine andere Lösung schon gefunden Also, wir werden es jetzt wie folgt machen Montag gibt es 4 Stunden Mathe Dienstag gibt es 4 Stunden Deutsch Mittwoch 2 Stunden Französisch 2 Stunden Englisch Guck mal, siehst du was? Nein, nein, nein Es geht nur so Es geht nur so Es reicht doch, wenn sie sich jeden Tag eine Stunde hinsetzen Eine Stunde, dann kommen wieder so welche Noten raus Ja, aber Das kommt nicht in Frage Darf ich eigentlich auch mal was zu machen? Selina, es ist auf jeden Fall Fakt, dass wir... Ich telefonier mal kurz Selina, ich will auch nur dein Bestes Wir wollen nur dein Bestes Das ist auch nicht böse gemeint Aber glaub mir Schulnoten und die Schule Es ist wichtig Wenn du dich wieder etwas beruhigt hast, reden wir nochmal Definitiv brauchst du Nachhilfe und wir werden auch Konsequenzen durchsetzen Kannst du bitte rausgehen, Mama? Ich rede mit Papa nochmal Kannst du mich jetzt einfach in Ruhe lassen? Ihr macht mich fertig Selina, du machst uns fertig So, jetzt räumen wir erstmal dein Zimmer auf Jetzt sieht es nämlich auch aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen Ja, hallo Herr Kroos Ja, Herr Zufall hier Ja, also Es geht kurz um das Zeugnis meiner Tochter Ja, ich war auch sehr erstaunt Ja, deswegen rufe ich jetzt nicht an Nee, möchte ich nicht wissen Nein, möchte ich gar nicht wissen Nee, ich bin vielleicht auch enttäuscht von Ihnen als Lehrkräfte Aber wie dem auch sei Und zwar wollte ich mal kurz was nachfragen Bieten Sie vielleicht auch in den Sommerferien Unterricht oder sowas an? Okay Klasse Klasse Also dann hat sie nur eine Woche Sommerferien und dann fünf Wochen nochmal Unterricht Klasse Das kriegen wir hin Aber natürlich, Herr Kroos, vielen Dank für Ihren Einsatz Ja, dankeschön Alles klar Ja Klasse Selina kann fünf Wochen in die Schule Selina, ich habe tolle Neuigkeiten für dich Selina Schätzchen, wir haben eine tolle Lösung gefunden Also du musst nicht zu Hause bleiben, gar kein Fall Also du hast jetzt eine Woche Ferien und dann bist du fünf Wochen wieder in der Schule Ist das nicht klasse? Weil es gibt einige Lehrer, die möchten auch ein paar Nachhilfestunden anbieten Und da bist du jetzt auch mit dabei im Kurs Ich habe dich gerade angemeldet Viel Spaß Oh ja, super Idee, Papa Keine Sommerferien für mich, das hast du ja wirklich toll eingefädelt Muss ich nochmal was machen dagegen Wie seht ihr das? Meint ihr, dass meine Eltern übertrieben haben? So schlecht war doch mein Zeugnis gar nicht Bis zum nächsten Mal Peace вещи Wroh Tja Zit 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 Zit